Ich bin Sechzehnter und der Markus ist Zehnter ey, es ist echt peinlich, ich schweige die Hände, doch, mit richtig... Yo, 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 Leute und alle und herzlich willkommen jetzt in einer weiteren Folge, aber es ist schon wieder viel zu laut, Generous and Heroes, zusammen mit Futur und Markus. Jo, Leute, juhu! Gibt Gas, Markus. Warte, ich steig auch mit ein hier in das Match mit meinem Gewehr. Jetzt kann ich spawnen. Was habe ich? Invisibel. Alter, irgendwie ist die Grafik jetzt besser. Ja, total. Also im Vergleich zum letzten Mal kommt mir die Grafik besser vor. Echt so? Ich hab, ich hab kein Auto. Ich auch nicht, hey, Futur. Ich hab einen One-Shot. Ich hab hier ein Fahrrad. Ah, Fahrrad! Das weiß man nicht auf meinen Kopf hüpfen, ne? Gibt Kopfhitz, Schmerzen. Ey, aber die Grafik ist echt Weltherrfurtur. Schau dir das mal an. Wow! Unser Fahrrad hat sich gerade einmal bei Luft abgelöst. Flugzeug, ne? Das war ein Flugzeugangriff. Ja, klasse, aber weil das Fahrrad vernichtet ist, aber wir leben. Werde gefahren, rechts. Werde gefahren. Sven. Ja. Sven, natürlich. Ja, wenn ich Futter gewesen wäre, dann wäre es kein... Wäre mehr und sang- und klanglos in die Luft geflogen. Richtig. Wir brauchen kein B2 kriegen wir auch so gelaufen. Ja, komm, 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 komm. Let's go. Wir race die Uhr. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Ja, genau. Ja, ich hasse, ich habe die Schnellfahrer... Oh, die sind bei B3. Die sind bei B3. Komm, wir müssen verteidigen hier. B2 meinst du? Nein, B3. 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 Ja, so... Also, ich finde jetzt keinen großen Unterschied. Natürlich die Licht-Effekte, zum Beispiel. Die waren niemals so gut davor. Das haben die gepatcht, hundertprozentig. Da müssen wir noch mal gucken im Forum. Boah, diese scheiß Bomber. Nein. Wie das aus, Alter. Wie ist weggeflogen? Wie ist weggeflogen? Einfach. Also, ich habe... Wie einfach alles... Boah, da ist schon wieder ein Sniper. Wie die Sniper habe ich kein Problem. Nur mit die scheiß Flugzeuge. Ja, da, da kann ich auch Fahrzeuge spawnen. Und jetzt Caption CB3. Ja, komm, dann hier Fahrzeuge. Ja, ich verfahrrad. Mal wieder und ich werde verrecken. Hey, hier, komm mit. Komm her. Nein, das ist Fahrradfahren. Okay. Aber pass auf, da ist ein Sniper. Ich fahre ganz kurios Auto jetzt. Also, normal. Ganz normal. Okay, wir sind bei B3 und holen uns wieder zurück. Mit 3 zu 1. Der hockt in einem großen Fenster irgendwo. Ja, drüben, aber bei B3 ist auch noch einer. In dem Holzkasten. Nee, jetzt ist er tot. Gut. Irgendwo ist er da. Wir müssen da rein. Schnell. Vor allem Schutz vor dem Bomber suchen. Ja. Ja. Das ist immer die Decke. Yes, man. Ist da Holzdecke? Hier ist keiner. Hier ist nur ein Verbündeter. Oh, tot. Das ist auch einer. Der hat mich grad getötet. Ja, der ist einer. Ich hab grad einen schon. Bisschen. Auf die Treppe oder was? Im Haus. Im Haus. Im Haus. Ja, oben oder was? Nein, in dem rechten Haus in der Fabrik. Ja, da ist er. Okay, wir kennen schon B2. Komm schon. Läuft das. Läuft das. Oh man, die Bomber. Ich wurde schon wieder zerbombt. Das heißt, die Bomben ausweichen. Das ist schon wieder ein Gegner einfach in den Punkt drinnen. Jetzt kann ich's bomben bei W3. Wir haben ja auch keine Flak hier, oder? Nein, es fliegen einfach überall Bomber rum und wir können nichts dagegen tun, sondern müssen zuschauen, wie sie uns zerbomben. Ich hab ein Fahrrad. Ein, an die Bombenfahrer. Ah, ja. Holzdecke, ne? Also ich hab B2, Robert, ne, Leute? Ich werde abgeschnitzt. Wow, Markus. Ich hab damage genommen, aber ich schließe trotzdem weiter dieses Auto auf und hab jetzt ein eigenes Fahrzeug, Leute. Oh, ich bin tot. Oh, 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 ich hätte abgeschossen. Oh, ich hab ein... Oh, oh, ich hab ein... Ich hab einen, äh... Ich hab ein Halbkettenfahrzeug. Ja, okay, ich spawn bei B3. Bleib da, wo du bist, tut er. Ich bin hier, ich bin hier, hinter dir. Ja, ich drehe. Ja, passt. Da ist hinter dir quasi genau hinter dir sitzt es leider. Na eben, deswegen hab ich mir da rückzüge dreht, dann kann er mich nicht erschießen. aber mich ja so soll ich jetzt auf dem dach darum hier haben wir gesehen was ich habe gesehen aber ich sehe nicht mehr weil du zu blöd gefahren ist der ist irgendwo hier oben auf dem werk auch hier untergehen der von den daz jahre ausgestiegen muss hätten ja dann ja bei ihr könnt aber jetzt bei mir sporen oder nicht bei dem fahrzeug kannst du sporen eigentlich bin jetzt auf jeden Fall aus das ist ein fahrzeug bei b2 markus ist ein bisschen geschützt um und unter wir auch aus also ihr könnt jetzt nicht mehr ich bin tot man natürlich vor mir eine und da muss ich von hinten jemand oder druck setzt und mich abschießen also ich wusste erst das spiel einfällt ich habe 05 und schon wieder doraus steckte hier auch noch aus und ich habe neu und 03 ich bin 16 zentralen markus ist 10 er ist es echt peinlich ich will schreibe ich weiß vor dem Leben richtig scheiße die Leute aber so richtig ich bin der scheiße ist nein so ein wixer okay betreuen die Bombe ich hab die 2 auch die ist der Leiter mit drei Watt oder so das ist die haben wir ja die weggekommen sie kommen jetzt die weggekommen ich bin ich bin hinter ihnen ich bin hinter ihnen die mache ich weg was ich glaube dass auch immer völlig und genau ich auch nicht aus von einfach um die sind alle in dem Haus drin und visieren mit Gewehren auf Kopfhöhe auf die Türen sobald du läuft der ist einfach tot unten ich weiß schon finde ich nicht so witzig ja du findest es auch fuck ich hab gewisselt die sind außen die Schimpf außerhalb habe ich auch gesehen dass da welche außerhalb steht und ich habe einfach weiß mit der Pfeife geblasen Granate rein und rein rennen da er kommt zeigt sich du nix was ja genau so ging es ja auch mit der Thompson Junge Achtunger ab Eilber Stief Stier Na jetzt haben sie positive KD Machen und ich habe immer noch in deritung sechs ich kann hier gar nicht so positiv erzählt und sein lässt sich also wenn ich möchte ich jetzt air war er hatte ja ist zwei fahrzeuge zwei fahrzeuge hier ist so scheiß campers treppe wird der thompson deck ich glaube das willst du anders wenn ich mit der granate hoch ist mir scheiß egal der typ wird umgebracht ist mir scheiß egal ich werde von uns kommen schon wieder drei neue rein ja die sind zwei fahrzeuge kommen und es wird ein sniper und da ist schon wieder die kauf war direkt neben mir ein alter kann ich brauche ich spawnen b3 b3 kann in osborn kommt als ein sniper kommt der habe ich auf der straße angefixt aber der ist einfach in markus das sind gegner du hast mir einfach eisenkalt eine granate ins gesicht geworfen das ist nicht mann mit markus 9 und wisst ihr was ich gerade habe der dp 28 sie wird für die halle und magazin und magazin jahr und magazin mg also da kommen hier hoch und schwitzt nicht ich gehe dich hoch ich denke die scheißstraße wurde oder die leute es macht einfach Spaß auf server zu spielen wo die leute mit um zu bleiben weil die worden ist nicht einfach und sie geht ich glaube um 6 da kommen sie wieder da kommen da es ist eigentlich jedes Mal das selbe Typ okay da ist ein Typ dabei der 185 146 121 ja es sei es ein paar gute dabei bei die Gegner haben irgendwie nur Profis sagt ein paar nicht so viel ist es ist mehr als unsere Chance noch zu gewinnen ja wir gewinnt es hat er auch wenn es gut ist es beweist aber wieder dass wir doch besser sind nicht nein aber einfach lang haben dass wir einfach nur vertreten hier und wieder vor Ort die deutsche Waffe ist zur Scheiße die Bomber facken wie die haben ich werde die ganze Zeit auch gejagt das habe ich keinen Bock mehr zu laufen zu nicht die Fahrer ein Prozent Prozent Kürtel Künzioch Fahrzeugesbord in dem Mai kann ich nicht warum ich auf meinem neuen kein Fahrzeug gehabt das ist mein zweiter Kasse ich hab letztes mal nach der letzten Aufnahme seit mindestens 30.000 meine Karabiner gesteckt da oben ist einer komm ich hole mir jetzt die ganze nächste die auf den Berg hocken von unten umfahren die jetzt oh oh ich hab nicht gesehen einen habe ich da hocken locker drei stück auf den Berg oben ja einen haben wir ja sind es auch zwei oh Michael du bist ne Bombe ja die kamen neben mir so aufgetaucht Sven machst du das was das hier oben ich bin glaube ich hinter den dabei bin ich sicher und ich werde geschossen das ist der Zweifel Deckung ja wo ich weiß ja nicht wo er hockt ich sehe nur hinter dir ich bin tot bis jetzt weißt du wo wir haben auch noch Tarnung natürlich haben die Tarnung Tarnung als der Wald quasi unsichtbar werde du musst dir überlegen das sind das ist eine eigene Klasse ist ein fucking Banker wahrscheinlich das ist die erste Klasse was ich mir machen der mache aufklärer nein das geil war kein Aufklärer das war ein Standard Soldat mit Punkt Tarnung also dass der Wald quasi unsichtbar wird oh warte ich hätte schon wieder geschossen das ist doch kacke hier und ich bin wieder tot 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 und verleiherte 011 011 ich habe eine 66 dann kommen wir alle machen jetzt hier ich will dir wusste ich aber auch wenn ich habe gerade ein gekillt da ist wieder einer wo bist du hier vor der wir werden auch hier beschlossen 2. gekillt komm her ich habe dann auf ja ich freue mich gerade den berg auf ja und man den berg auf pass auf irgendwas ich darf einmal hinter dir und du bist dort ja ich habe schon zwei oder die kill der war ja da oben sind nur noch vier andere der berg ist easy zu nehmen den habe ich eben auch allein gehabt Sven kann als nix ja nur mal einer hinter mir ist und vor mir drei das würde ich auch als nichts können bezeichnen ich kann dann nicht können ich gehe nicht mehr ans ja wieder Bomber ey es gibt es nicht ich fahre los und ich werde verbombt ich habe Brustag fahr mit mir aber nee ich stehe das Auto aufgeschlossen ich bin da auch losgefahren wir fahren jetzt wer durch das Gebiet und macht sie gleich will er auch hier vielleicht will ich doch natürlich werden wir gleich bombardierter ist man wusste also ich war jetzt jolo das scheint mir aber doch die sicherste Variante des Transports da war ja aber wahrscheinlich exaktiert trotzdem weiß gesagt hat da Feuer vor uns vor uns rechts links schieß auf rechts rechts links die Zeit umsiegeln geht bei der Katzen links rechts alles da geht es egal dass sie die Woche welche na eben Feuer einfach drauf bringt zu platzen da ist er nach rechts 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 da läuft er auf der Straße ich bin jetzt hier oben auch hinter dir rechts links also ich versuchte wieder den Berg zu sehen da nehmen sich gar keine hier oben durch Verrichtung B1 warte doch da war ein Gegner ja pech wirst du langsam da steht da noch da oben auch einer da machen noch weg da und jetzt fahr nochmal hin zur Tür dahinter ja ok ist tot ja ich auch bomber lightning abläuft abläuft ich habe einige Headshot mein erster Kill natürlich Headshot willst du noch mal eine Runde fahren ja freilich wo spawnen wir wo spawnen wir wo spawnen wir oh 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 B3 ok weggeholt jetzt beginnt mein Run Leute jetzt gehts los jetzt gehts los ich habe gesehen du wie gestorben bist eine Sekunde danach der sitzt irgendwo da vorne oh der jetzt nicht dort ich warte mal auf dich ne ja geh ich in meinem Auto in Deckung heiße Camper alter fikt euch oder kann das ich komme man jetzt kann ich ganz kurz bei W2 spot jetzt geht es wieder komisch weil ich hole ich muss das war auch bei W3 wartet auf mich ja wir müssen den spiel und der hockt da hinten ja ich bin jetzt da ich bin da aber ich kann nicht gerade von sonst passiert er mich an wo ist der wichser irgendwo da muss er sitzen du musst mich im vorbeifahren holen hä wo er schießt schon aber aber wo sitzt da hinten irgendwo ich sehe nur die Schüsse ich sehe nur die Explosion von den Schüsse ich sehe aber nicht wo er hockt oh fuck ich war nur bis tot bin jo ich fahr doch mal Fahrrad da will ich einmal bei FUKO mitfahren ne nix mehr da draußen nix mehr da draußen nix geh wieder auf meinen Berg er wärst früh gespawnt ich hab gesagt da ist er oder nein das ist er nicht ne ich geh wieder auf den Berg der Berg macht mich und ich mag den Berg wo sitzt der Affe hau 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 musst du wissen alter oh man ich hab schon wieder von hinten abgeschossen ne mein Auto brennt kicke euch gut da ist er nicht fahr mal wieder vor boah alter ich hab grad drei stück gesehen die kämpfen halt einfach schon bei O2 oh my god mit deinen Wänden ey auch ihr habt euch selbst getötet beide das ist eine die Untertitelung des ZDF, 2020